Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Nadine, der Befehlshaber, der Raubvogel und der Dämon. Finde die Ordensmitglieder, die sich im Nadine, der Befehlshaber treffen. Ja, das ist unsere heutige Aufgabe. Da drüben haben wir eine markierte Tür oder sowas. Und ich bin jetzt direkt auch schon hierher gelaufen, habt ihr gesehen, Ende der letzten Folge. Eventuell könnte ich einen von beiden... ...oder direkt bei der Stimme ausschalten. So. Und dann machen wir da rüber. Und wir gehen ins Nadine, der Befehlshaber. Also nicht die Nadine, ne? Also nicht mit dem Namen verwechseln. Sondern, das Nadine ist sowas wie ein Stützpunkt. Da holen wir uns jetzt gleich mal den da oben. Eventuell kommen wir an den ran. Ohne, dass er uns bemerkt. Ja, das schaffen wir. Wir schauen mal. Kommst du zu mir? Kommst du hier gucken? Komm mal, renn hier an die gute Stube. So, den haben wir auch. Da oben sind zwei. Einer davon ist groß und böse. Einer, nein. Du siehst mich nicht? Nö, die gucken direkt in meine Richtung. Der kommt schauen. Schick mal den auch hier ran. Warte mal. Oh Gott. Okay. Okay. So. Okay. Das war gut. Das war gut. Oh, Moment. Da würde ich mir gleich eine Ausrüstungsruhe haben. Ist da noch einer? Da hinten steht noch einer rum. Da unten zwei, da einer. Wir waren ja schon mal hier. Ich will aber erst mal hier hoch. Ist hier einer? Moment, erst schauen, erst schauen, erst schauen. Nein. Wir sind viele. Wir sind verdammt viele. So. Haben wir den auch? Da steht aber auch einer. Den sehe ich nur von hier aus nicht. So. Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privathaum an. Das ist doch was, oder? Wer hat das gesagt? Irgendeiner hat einen Schlüssel von den Bagger-Looten hier. Da müssen wir schauen, wer den hat. Der hier steht halt direkt unter uns. Das ist tricky. Ich kann es probieren. Oh, Mist. Maxim, kannst du da hoch springen, bitte? Sehr gut. Das ging schnell. Okay. Aber ich habe den Schlüssel noch nicht. Irgendeiner von denen hat den Schlüssel. Hm. Kann ich die Rauchbombe? Ich habe doch auch andere Hilfsmittel. Wartet mal. Löff den mal da hin. So. Jetzt müssten die alle dort gucken gehen. Hier wird nichts rumgeworfen. Hier wird nichts rumgeworfen. Okay. Warten wir noch auf den. Gut, die beide down. Wo geht der hin? Der haut ab. Hey, deine Freunde sind beide tot. Na, was ist los? Kotzt du dir das Seele aus dem Leib, ja? Wumschau nicht, da ist noch einer hier. Zwei sogar. Boah, danke, du liebe kleine Fahne. So. Er geht da runter. Ach, Mist. So. Haben wir die jetzt hier alle eigentlich? Da hockt noch einer. Da hockt noch einer. Ich könnte trotzdem erst mal eine Etage runtergehen. Ah, wartet mal. Da. Hm. Ich kann durch das Blatt nicht durchschießen. So. Da sitzt noch einer um der Ecke. Den können wir uns aber so holen, ohne Hilfsmittel. Gut. So weit, so gut. Jetzt müssen wir den da weg machen. Der kommt gleich zurück gelaufen. Denke ich mal. In welche Richtung guckt der hier unten? Der sitzt normal, ne? Ja. Der ist verwirrt. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gesundheit ist voll, weil wir einfach die Besten sind. Jetzt steht dort noch einer an der Ecke. Den können wir uns auch normal holen. Sollte allerdings. Da noch einer sein. Wird es bekehrt. Okay, den holen wir uns so. Da kommt keiner gelaufen. So. Und zuerst mal unsere Berufsmesser schon wiederholen. Das wäre vielleicht ganz edel. Ganz kurz hier schauen. Guckt mal, hier können wir noch ein Haufen Zeug mitnehmen. Da war Essen. Essen brauchen wir nicht. Hier haben wir schon mal. Wir haben die Truhe schon mal geöffnet. Allerdings können wir uns das hier noch mitnehmen. Weil hier haben wir ja alle ausgeschaltet. Und vielen lieben Dank übrigens an alle, die Assassin's Creed bei mir schauen. Mega vielen Dank. Ich bin immer wieder froh darüber, weil ich liebe das Spiel einfach. Also die, die mich kennen, wissen Assassin's Creed. Damit hat auch alles angefangen auf meinem Let's Play Channel eigentlich mit Assassin's Creed Black Flag. Eigentlich mit GTA Online, aber das erste Singleplayer Projekt, was ich je gemacht habe, war Assassin's Creed Black Flag. So, jetzt schauen wir hier nochmal durch, ob wir hier noch irgendwas haben zum Mitnehmen, noch ein Wurfmesserchen, noch ein Wurfmesserchen. Den hier haben wir gesagt, den können wir uns zu holen. Oh, warte, ich werde gesehen. Komm, ganz schnell. Wo ist er? Hm. Ja, das sehen wir noch. Das heißt, den muss ich mir holen, der sieht uns. Nee? Bist du dir da sicher, mein Freund? So. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Schlüssel schon habe. Andere Richtung, Basing. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Du musst den Scheiß bewahren, guck mal. Essen brauche ich nicht. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Und der ist da unten bei dem, denke ich mal. Okay. Mach das hier auch mal sauber. Oh, Mist. Ach, Mist, okay. Shit. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Hier stecken noch Wurfmesserchen. Sehr gut. So. Wir könnten es noch mal mit dem Lärmer probieren. So. So, dann geht mal alle dahin. Alle dahin, bitte. Sehr schön. Ich glaube, ich habe den großen Bösen, müsste ich erwischt haben, eigentlich. Den habe ich erwischt, ja. Oh, shit. Sag mal, ich werfe da nochmal eine Falle hin. Und da habe ich einen hin. Gucken. Ähm. Verschaffen wir uns einen? Nein. Mist, jetzt stehen sie aber alle dort. Das klappt noch nicht so ganz, wie ich es wollte. Oh, es wäre noch niemand, der es geschafft hat. Ich werde Stimmung etwas blutzeilen. Ich glaube, wir haben es so. Wurfmesserchen können wir uns wiederholen. Faller nehmen wir auch wieder mit. Da ist ein Platz zum Dornen, müssen wir suchen. Oh, wir haben hier eine Vorratskiste im Moment. So. Nach meinem letzten Blastpfeil. Gucken wir mal treffen. Ja. Und da schreit der Esel. Hahaha. Gut. Okay. Hier. Die Sicherheitsmaßnahmen des Raums der Fählzauber wurden erhöht. Dabei wurden auch neue Schlösser an den Türen angebracht. Vorsichtshalber, erhältst du einen Schlüssel. Pass auf diesen jederzeit auf, benutzt ihn nicht, sofern er nicht okay. Ein Schlüssel zum Raum, da fehlt sich auch einen östlichen Balkon aufbewahrt. Ja, den haben wir doch, ne? Da. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige Elmar Dichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitern persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitern? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Dohan? Er ist spät dran. Mist. Mist. Die zwei gehören zum Orden. Sie dienen einem dritten Namens El Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Na, das schaffen wir doch. Ich denke, dass wir das schaffen. So. Messerchen nehmen wir uns gleich mal wieder. Ich will mich gar nicht verstecken, ihr Baggerluden. Ich bringe euch alle um. Ich komme gar nicht hier rein, ne? Jetzt muss ich genau schauen, wo die sind. Ich muss die Rauchbombe dann gut platzieren. Nein. So, da rammeln sie rum. So, okay. So, damit ist Ruhe, ne? Der eine da unten sucht uns noch, da im Gebüsch, da rechts. Warum ging die Tür gerade? Das war ich aber nicht, ne? Hexerei. Ja, tust du. Haben wir eigentlich alles mitgenommen? Ich glaube ja. So, dann gehen wir hier mal raus. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fullard. Fullard ist 200 Meter entfernt. Treffen der Befehlzauber Hinweis entdeckt. Ja, ist das sehr gut. Oh, warte mal, ein Ding geht man erstmal nicht vorbei, wir gehen hier lang. Oh, ne, da ist Nadine da, Befehlzauber. Ähm, doch, wir gehen einfach hier durch, so. Wiedersehen. Okay, da sitzen aber viele rum, ne? Die stehen hier alle rum. Guckt mal hier. Irgendwas ist hier im Busch. Es werden immer mehr Wachen hier. Und da oben ist noch eine Ausrüstungstruhe. Warum auch immer. 80 Meter, was ist denn das für eine Ausrüstungstruhe? Da ist er. Ja, das Ding ist gut bewacht. Das Ding ist verdammt gut bewacht. Na gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Geben wir mal zu Fullard und schauen mal, ja, was wir jetzt mit diesen Intrigen, ne? Also integren Personen, die da sich getroffen haben und die denken, dass die Besten der Welt sind. Was wir mit denen anstellen und, ja, ob wir die auf eine gewisse perfide Art und Weise aus dem Leben nehmen. Also drangeblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.